Kevin und Unlucky Ich bin Keeper-Geist, ne? Das kann ja was werden Willst du Keeper sein, oder was? Zählt ihr runter, oder? Weil der mich so komisch angemacht hat. Max! 3, 2, 1 So Leute, jetzt wir kommen zu Supra Ball einem Junge, lass ihn noch mal anmoderieren Es geht noch nicht los Einem etwas anderen Shooter-Fußball-Spiel Ja So, und los geht's So, hab ich 43 AP, welcher Spacken hat mich angekommen? Wann ist der, der läuft? Junge, Junge, Junge Der ist ja viel Zeit Da hab ich noch nicht so ganz gedacht Ey, aber irgendwie werden die Punkte nicht gezählt, ne? Ich stehe immer noch 0-0 Aber ich glaube, du musst passen Ich lebe genug im Tor Das ist so easy, Kutschi Ey, die Tore zählen sich, Leute Guck mal, im Scoreboard Da hab ich doch Er hat 2-0 steht jetzt Wir müssen selber zählen Falsche Ecke, 2-1 Okay, dann mach ich jetzt hier den Stürmer, Alter Okay, ich mach Tor links Doppelpass Ah, ich bin tot Weggemacht den Jungen Sola, komm her Sola, Sola Hier, rüber Ja, lauf Rüber hinten Hier, mach Ruhiges Aufbauspiel Ruhiges Aufbauspiel Ich komplett Solo, Juge Toppelpass, Toppelpass nochmal Jawoll, jawoll Ja, ja, ich bin hinten Alter, hör mal auf mich zu schlagen Was war das denn, Sola? Schön Kein Ding Johnny, Johnny, Johnny Über hinten nochmal Oben, oben, oben Hab ich Nochmal, nochmal Juge, der ist drin Jawoll Wie kann man nochmal halten? Wie ging der nochmal? 3-1 Mit so Shift kann man so einen Jump machen Was machst du da? Was machst du denn? 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 Lacky ist komplett betrunken Der ist drin Der ist drin Alter, der bleibt nur wenigstens im Kasten Das ist halt Heilige Scheiße Was ist doch besser, Junge? Fiori, da ballern euch den Ball vorbei Okay, okay, ruhiges Aufbauspiel, ne? Nee, komm her Junge, mein Spiel ist viel zu laut, Alter Ich hör gar nichts Mach raum, mach raum Johnny, lauf ihm rauf Jun Jetzt hier, Johnny, nach vorne Kommts Hab ich Tim 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 Habe ich, habe ich, habe ich! Das ist doch passt! Da ist doch nicht so! High Five, Junge! Das war die Torwart-Ecke, Mann! Musst du haben, Sola! Jetzt kommen die Comebacks, Alter! Sola, ich geh steil! Schick ihn, schick ihn, schick ihn! Platz! Wo ist er? Hab ich, hab ich, hab ich! Der war so viel schneller als im Tutorial, kann das sein? Donny, ruhig, ruhig! Hau ihn! Wann ist das denn? Ich wollte ihn erst einsaugen! Oh, ganz stark! Das ist meine, das ist meine! Spiel das Ding! Da ist der Pass! Oh, schade! Oh, hasse, Tim, hasse! Pass auf! Oh, ich hab ihn nicht mehr gesehen! Halt einmal dein Maul! Halt einmal hinten! Ja, gut! Ne, wir tauschen jetzt! Geh du doch ins Tor! Los! Hey, ich will nicht ins Tor! Spiel! Zack! Mach das easy! Ich bin jetzt im Kass! Wie macht man das? Sola läuft durch! Kutcher! In der Luft! Hoch! Was war das denn? Kevin, ich sag das nicht! Wie saugt man? Wie saugt man? Rechtsklick! Zack! Da ist er drin! Let's go, Junge! Rechtsklick zum... Dann hast du die Flanke, meine Junge! Zwei! 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 Sola steil! I die Mitte! Hoch! Ja! Ich hab hinten das... Ich mach das! Ich hab hinten das... Ich mach das! Oh, ich hab ihn schon gelockt! Gavin, da ist der Pass! Das ist der Pass! Hast du? Hast du? Hast du? Den hab ich ausgelockt! Den mach ich! Vollart! Easy! Lange Hafer, du! Da seh ich mich, Kevin! Da seh ich mich! Ich spiel ihn drüben! Wo ist der Wally? Ja, der ist bei Helo! Nein! Oh doch, alles gut! Den hab ich ausgelockt! Nochmal, spiel nochmal! Oh, schöner Sola! Sola hat ihn! Sola, Doppelpass! Versuch den mal anzudrehen, Jungs! Ach ja, das geht ja auch noch! Wie soll man das denn machen, während man zockt? Oh! Oh, noch mal hinten! Oh, ich seh nichts! Aua, Aua! Ich wurde auch getroffen! Den mach ich! Yes! Oh, der hat reingedriegt sogar, ne? Oh, der hat reingezwürfelt hier! Komm, Junge! Hier, pass! Du, ich halt den Kasten hier sauberer als mein Zimmer! Oh, jetzt ruhig, 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 ruhig! Aufbauen, aufbauen, Leute! Ja, die müssen erst mal angreifen! Die müssen erst mal angreifen hier! Hey Junge, du bist der Torwart! Ich kann nicht eh nicht nocken im Tor! Kann man auch mal nehmen, Sola! Doppelpass, doppelpass! Zieh durch! Der hat meinen Angriff, der ist sauber da vorne! Hast du, hast, ach! Der hier! Hab ich eingesaucht! Da ist der Pass! Nochmal, schieß! Übermitte, übermitte! Tschüss! Drinne ist er! Oh! Das ist die richtige Ecke! Egal! Schneller kommt er! Oh! Haben wir! Das saug ich! Hab ich! Oh! 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 Oh, schön! Ich stehe! Ich stehe! Ich stehe! Ah, scheiße! Hab ich, hab ich, hab ich! Johnny, Johnny, leider! Ja! Jo, ich bin Manuel Neuer! Mir kommt keiner vorbei! Oh, shit! Temtemtemtem! Ja, das ist ne gute Idee fürs nächste Mal! Spiel nach vorne! Der Underkey ist super loading! Was ist das? Das ist doch das ganze Tor! Ich wär sonst gelockt geworden, Junge! Dann drück doch rechts! Klick! Dann lieber ins eigene Tor! Wie, wie? Wie schlägt denn eigentlich? 5-2? Wahrscheinlich gibt's jetzt am Ende diese Ergebnisse! Oh ja! Gesaugt, gesaugt! Wollten wir einen Schuss machen! Hab ich! Hier, hier, hier! Spieler! Links, links! Ja, sag ich doch, Junge! Ich werd in sick genockt! Oh! Latte! Ah! Ich liege, Leute! Foul! Oh! Das kann doch jetzt nicht sein! Spiel nach vorne! Spiel nach vorne! Spiel nach vorne! Ich hab Johnny, hab ich! Johnny, hab ich! Kraster Schuss! Nein! Ah! Seiden wechseln, Seiden wechseln! Ich bin frei! Spiel, Spiel, Spiel! Ich dreh dich! Blutkackig! Wie viel stehe ich eigentlich? Weiß ihn! 3,5! 3,5! Für uns aber, oder? Temp, Temp, Temp! Ja, 3,5! Locki, Locki, Locki! Sola, du hast den Ball! Links! Oh, jetzt, Kevin! Oben, oben, oben! Was für oben, Alter! Oh, da war er! Habe ich, habe ich, habe ich! Ich bin hinter dir! Sola! Oh, Sola, ich komme! Sola! Sola! Ich kann nicht schießen! Zack! Warte mal, ist schießen! Den hab ich! Charge Shot! Ja, aber ich kann es nicht schießen! Sola! Da ist er! Mann! Gut, dann müssen wir uns zu zweit machen, aber das... Ich seh! 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 Linksklick! Er kommt, Tim! Er kommt! Oh, nee! John! Kutcha! Mach mal zu zweit! Kutcha! Ja, schön weg! Das Brenne! Zack! 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 Da können wir uns jetzt sicher umsonst! Ja, gepair, gepair, gepair! Jetzt gibt's keine Ego mehr! Okay, ich glaube, jetzt habe ich es! Schöne Doppelpässe hier! Kutcha! Ja, ich habe keinen Überblick, Mann! Töte ihn! Sola! Hau ihn weg, Junge! Zack! Schön rausgenockt, Alter! Komplett K.O. Oh, der prallt! Saug ihn dir, saug ihn dir! Drehen wir an! Nochmal! Ich habe keine Abwehr hier von meinem Kasten! Komm mal, ich komme! Oh, das ist der Easy Pass! Ah, jetzt geht's wieder! Oh, was? Falscher Schuss! Schöner! Schön gleich! Ich bin an der Seite, Junge! Der kommt! Der kommt! Der kommt! Der kommt! Oh! Junge, du bist zu früh gegangen! Den habe ich noch! Junge, ich kann die nicht abkicken! Geh mal wieder in den Keeper! Geh mal wieder nach hinten kurz schnell! Nee, ich bin jetzt angegriffen! Nee, das habe ich jetzt ein paar Mal gesehen! Ja, dann soll Sola in den Kasten! Sola geht in den Kasten jetzt! Okay, okay. 6-4! Ja, rechts, rechts! Oh, Junge! Oh, Junge! Ich bin doch voll ein Knaller! Top Spin, Junge! 6-5, Junge! Ah! Easy life, Alter! Junge, den kriegst du wieder! Komm doch her! Die müssen doch so Jubel einfügen! Alter! Geh rüber! Sohla! Komm mal rüber her! Ich schicke Sola! Oh! Zieh durch! Der kommt doch mal! Der geht nur auf Ego-Nummern, der Henno! Nein! Ja! Die hängt bereut! Die hängt bereut! Die hängt bereut! So, pass mal auf! Jetzt kommt der Läger Hafer! Scheiße! Ja, das möchten wir nicht! Zack! Sola, jetzt hier abspielen! Der Kevin ist kurz davor ausgedacht zu sein! Ich dachte man kann die so rutschossen! Nach vorne! Nach vorne! Habe ich doch! Halt den Maul! Hier nochmal! Zack! Junge! Kann man die mit Linken rein? Mit welcher Taste kann man die nochmal umboxen? Nicht mit Linken! Der macht mit Linken! Der macht mit Linken! Der macht mit Linken! Der macht mit Linken! Der muss da vorne! Der muss da vorne stehen! Aber du darfst nicht den Ball haben! Der muss den Ball haben! Der Gegner hat den Ball! Kevin! Der ist drin! Johnny! Johnny! Ich steh frei! Hat er gut gehalten! Kommt! Boah, die habe ich nicht annehmen können! Der musste glaube ich die Flecken! Hab ihn! Hab ihn! Hab ihn! Sicher! Sicher! Der kann dich nicht! Nein! Ich muss mehr im Kasten stehen! In der Mitte! Leiner von euch mal wieder ins Tor! Naja! Wie beim Fußball-Libro wäre ein Tor gestiegen! Ich stehe! Ich stehe! Da kommt er! Alter! Ich kann doch auch nicht tacklen! Keine Ahnung! Hab ich! Habe ich! Habe ich! Habe ich! Mach ihn rein! Gewinn! Schummeln so hart! Aber es fehlt irgendwie ein Punktestand! Ja! Irgendwie ganz merkwürdig! Gibt es ja auch keine Zeit oder sowas! Alles wird ja aktivisiert! Ne, da ist ja für die Zuschauer-Kommentarfrage! Wie viel steht's? Ihr zählt mit! Ihr zählt mit! Sowieso! Ich hab's hier über aus dem Maul! Ah! Das ist ein richtiger Ronaldo! Der fällt bei allem rum! Egal! Ich spritze mich jetzt aufs Tor! Hast er noch! Du gehst jetzt wieder hinten rein! Und da vorne! Zack! Andere Seite! Andere Seite! Tim! Was war das? Das war dumm von mir! Sorry! Das war meine! Das war meine! Das war meine! Der ist schon mal ausgenockt hier! Nee! Ausgenockt! Ich hab ja jetzt gemeint! Seite! Wo ist er? Tim! Tim! Ist der vorne! Ist der vorne! Dauch den an! Oh ich bin ausgenockt! Oh ich bin ausgenockt! Oh ich bin ausgenockt! Zack! Ja! Wie ist denn der ab zwischendurch gegangen? Ich kann nicht täckeln! Ich weiß nicht warum! Alter hat er abgefunden! Ist deiner Kevin nochmal! Ah! Ganz stark! Oh da wurde ich dich eingeschockt! Spiel's hoch! Spiel's hoch! Nee! Keine Ahnung! Starkes Linktutcher! Wie du wegfliegst! Komm mal ganz kurz! Ich will nochmal testen bitte! Müssen bisschen mit dem parieren schaffen! Der braucht den Ball! Der macht nix! Ja! Ich kann nicht! Ich kann nicht täckeln! Warum kannst du nicht täckeln? Ich kann auch nicht schießen! Ja! Ist ja auf der gleichen Taste wie schießen! Jetzt kann ich ja schießen! Aber täckeln kann ich immer noch nicht! Sola! Ja! Nochmal! Ja! Ich schrieg einfach mal! Sola! Ich hab gelengt! Ey! Das war mein Plan! So warte mal! Topspin! Neffspin! Quass! Na ja! Sola! Ich kann halt nicht mal schießen! Das ist das Ding hier! Ich kann nicht schießen! Ich kann nicht schießen! Töte den! Okay! Ich kann nur mittlere Maustart zu machen! Dem haste! Haste! Spiel hat Ding in die Mitte! Jetzt mach ich euch kaputt, Alter! Jetzt mach ich euch komplett kaputt! Oh! Warte! Kurz Spielstopp! 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 Ich muss kurz die einstellen! Boah Gott! Du hast den Ball! Du hast den Ball! Wartet mal! Wie geht denn das? Pusche ihn raus! Achso! Hier kann man ja stimmt! Oh, was? Pusche ihn, Sola! Der Ding bist du direkt rausgenockt! Ah! Ah! Der hat einfach meine Xbox-Controller als Taste benutzt! Ja genau! Obwohl ich keine Xbox-Controller habe! Na gut! Komm da, Laufen! Jetzt kann ich auch schießen! Jetzt kann ich auch schießen! Wow! Jetzt kann ich auch nicht! Ah! Mach ich hier! Kommt! Ich stehe wieder! Intercept you! Oh fuck! Boosted! Na und? Nein! Ah! Unhaltbar! Ah! Wir müssen uns anstrengen! Ich weiß nicht! Da geht er wieder! Oh! Da war ein try-do! Oh ne! Ich bin ein bisschen... Hier! 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 Das ist das nicht! Ich hab' versucht zu passen! Aber ich glaub der! Der kommt! Der kommt! Oh! Ich bin nicht! So! Ja, ich laufe! Oh man da hin! Johnnie! Ich hab' Johnnie! Der hat mich gar nicht! Ahh! Ich wollte Johnnie decken! Wenn man um einmal schießen kann, ist das auch ganz anders! Was soll das so ein Jubel-Gier in meinem Schrieg? Dass du so ein bittes Leben. Technil ihn! So schön Depp würde ich hier sehen. Irgendwie hat den gerade abgeblockt. Ich habe geschossen aus Versehen. Jetzt ist das Spiel immer viel einfacher, wo man die Gegner teckeln kann. Der arme Johnny wird abgeknallt da. Warum? Ich war doch gar nicht. Ist so leicht geliehen hier? Ja, ja, ja. Oh, ganz stark. Gehst du mitte? Kommt hoch? Ja, ja, da war ich auch nicht. Gebe, Junge, schnell jetzt! Da kommt er! Der kommt da! Der kommt! Den habe ich. Oh, nochmal zurück, zurück, zurück. Oh, nee, den habe ich. Block, block, block. Hier, hier, lang. Es kommt! Die Doppelpässe. Da kommt er! Und... Wieder nochmal! Oh, da ist voll daneben. Ich steh lang, ich steh lang. Kommts! Hetzte mal wieder, ich spiel nochmal. Oh, Klus ist wie auf, wie rumflieg ich strich mich leider. Nein! Oh, das war nochmal. Hast du das? Hast du das? Nein! So da hinten? Aua! Alter! Andere Seite! Andere Seite! Andere Seite! Oh, fuck! Schön! Ich spiel den Lauf! Oh, fuck! Was war das denn? Guckst du der Linie? Falscher Knopf, Junge. Acht Sekunden noch! Acht Sekunden! Die mach ich! Letzte Tour entscheidet! Oh! Der war schön angedreht! Okay, letztes Tour entscheidet, Junge! Let's go, Junge! Habe ich! Oh, Alter! Ja, gewonnen! Machst du denn den Schiff? Ja, wir haben gewonnen! Es gibt ja auch den Schmittler Scheiße! Was ist denn das? Der Kevin mit 56 Ballkontakt! Vielleicht zählt das doch alles! Schalt! Das ist geil! Was wir da machen! Vielleicht muss man irgendwie anders ein Tor schießen! Ich glaube nicht! Quatsch! Da wird einfach nur noch backt irgendwie oder so! Da zählt er als Tor! Der kommt auch wieder zurück! Ja, aber ich würde sagen, das war die erste Runde! Ja, aber ich würde sagen, das war die erste Runde! Ja! Ja!